Das Markenzeichen des neuen Actros ist die Lichtsignatur. Wenn man dann vor dem neuen Actros steht, ist irgendwas anders als bei anderen LKW. Die Außenspiegel fehlen. Und das ist eine kleine Revolution, denn der neue Actros ist ja der erste Serien-LKW, der die MirroCam nutzt. Mein Name ist Michael Pinhardt. Ich bin selbstständiger Fahrradtrainer und habe in diesen Tagen zusammen mit meinen Kollegen die Gelegenheit, als einer der ersten Fahrer den neuen Actros zu testen. Ich finde echt der Hammer ist der neue Active Drive Assist. Der arbeitet mit einem innovativen Sensor- und Radarsystem. Es geht um automatisiertes Fahren. Der Active Drive Assist bremst, gibt Gas und lenkt, wenn nötig. Das ist besonders auf der Autobahn sehr angenehm. Sinnvoll ist der Active Drive Assist im dichten Verkehr, bei Stop & Go, aber auch bei Seitenwind. Das Fahren in diesen Situationen wird einfach weniger stressig.